Fresse! Okay, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Kirby's Fighter Deluxe. Ich nehme jetzt mal den zweiten Part gleich hintereinander auf. Ich habe auf jeden Fall Bombenfähigkeit im letzten Part gemacht. Und genau am selben Tag, wo ich die Bombenfähigkeit aufgenommen habe, wird dieser Part jetzt auch aufgenommen. So, äh, die Peitsche ist auch nicht... Äh, wie cool ist die denn, bitte? Ich peitsche dich aus, du Wichser! Da-da-da! 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 Okay, komm, ich schubs dich in das Item hier hin. Komm, mal, pisse dich! Ach, du bist ein Viech! Schön. So, dann haben wir die erstmal mit der Peitsche hier den Typen da dominiert. Und die erste Runde geht an uns. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, aber... Gewonnen haben wir auf jeden Fall. So. Oh, wir haben den Meister Beam als Freund. Sehr schön. So, komm und töte ihn jetzt mal. Okay. Ist die Meisterfähigkeit jetzt wirklich so tausendmal besser, oder? Ich hab keine Ahnung, vielleicht zeige ich sie euch einfach mal im Kampf und spiel's einfach nicht nochmal durch. Ich glaub nicht, dass dann noch was passiert. Ah, ich bin... Cool! Ich bin unverwundbar. Da, ich hab jetzt mal! Sehr schön, das war leicht. Das war eine einfache Sache. Okay. Jetzt haben wir zwei Runden schon mal geschafft. Ohne irgendwie was, äh... abzubekommen. Die Peitsche ist cool. Aber ich möchte mal mit den Käferspielen. Wie kann ich das so machen? Ach, verpiss dich. Vielleicht bekomme die irgendwie freigespielt. Ich weiß nicht wie, aber... Ja, genau, Alter. So, komm, verpiss dich. Döpstnio... 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 Das war dumm von dir. Okay, der ist auf jeden Fall tot. Finde ich super schön. Da habe ich die Karotte hier. Komm auch, pisst dich. So, das Sandwich bekomme ich auch noch. Ach, Käfer, nochmal auf, Mensch. Okay, verpiss dich. Tschau, Junge. Nein Ok, komm, ja Da, bam, bam, bam Schön das Item benutzt, um ihn zu töten Das war sehr schlau, Jimmy, Bobby Ok Da geht es weiter mit der vierten Runde Gegen Bogenschütze Teamkampf, ok, von mir aus Gegen Bogenschützen Ich habe einen normalen Boomerang als Freund Ist nicht der meiste Bumarang, ne? Schade. Alter. Habe ich dir schon mal gesagt, dass die Bogenschützen nicht OP sind? Die Bogenschützen, die sind OP. Äh. Komm, verpisst euch. Komm, komm her. Komm, Bruder. So. Geiler Teamangriff. Nice. So, einer ist tot, der andere lebt kaum noch. Der lebt knapp noch. Jetzt komm, du Krabbenbürger. Ah, ja. Oh, schön. Okay, hier haben wir noch gar kein mehr verloren wieder mal. Das ist schön. Bis jetzt bin ich das super Knolle. Also ohne Scheiß. Okay, dann haben wir hier auch mit Leichtigkeit bis zur Runde 5 gespielt. Und ich glaube, das hier wird ein etwas schwerer. Ach, ist das geil. Der Hintergrund erinnert wieder an die Retro-Zeit hier. Wie ihr wisst, an Kirby Superstar ist das ja angelehnt. Was für angelehnt? Eigentlich ist es ja Kirby Superstar in Kirby Superstar im Hintergrund. Und es sieht auch so ein bisschen pixellig aus. Es ist halt einfach schön. Aber es liegt einfach da dran, dass die 3DS jetzt auch nicht so die beste Grafik hat. So, komm. Wo bin ich? Ah, hier. Das liegt eigentlich da dran, dass die 3DS natürlich sehr schön die SNS imitieren kann, da sie ja der Handheld ist. Und die Grafik ist immer bei den Handhelds immer ein bisschen schlechter. Ist ja klar. So, komm. Oh, komm her. So, du bist tot. Schön, wir haben Krakow besiegt. Okay. Jetzt gegen Bomben. Oh, ich bin alleine bei dieser bei dieser gefürchteten Stage. Ja, klar. Ach, diese Bomben, ey. natürlich mal gegenseitige Penner. So, tschi tschi tschi. So. Alle, die herkommen, die kriegen das mal richtig auf die Fresse. So, verpisst euch. Tschi tschi. Tschau, Junge. Ach, komm schon. Oh, schön, den habe ich jetzt besiegt. So. Oh, komm her. Traust du nicht, dein Herz zu kommen, ey, ne, du Bitch. Okay, der muss ja irgendwann herkommen. Der hat weniger Leben als ich. Okay. Oh, schön. Ich bin zwar auf die, ich bin zwar ein bisschen auf die Pussy Art, aber so gewinnen wir auf jeden Fall, ohne hier irgendwie zu sterben oder so. Wisst ihr? Dann komme ich hier in Folge gewinnen, wieder mal. So. Wieder eine Kirby 64 Stage. Die haben wir lange noch mal gesehen, glaube ich. Also auf jeden Fall, ich habe die wirklich lange noch mal gesehen. Ich habe sie vermisst, auf jeden Fall. Das ist klar. Komm her. So, hau ihn mal auf die Fresse. So. Die Glocke wird das mal richtig weggehauen. So, komm, verpisst dich. So, komm, mehr. So, die Glocke hat ziemlich viel Leben verloren. Der Ninja ist auch gleich down. So, verpisst euch mal. So, ich tue das mal die Glocke. Die Glocke ist tot. Muss auch der Ninja bald down sein. Aber mein Freund ist auch bald down. Das ist Fakt. Was soll denn das Scheiß hier, Mensch? Was ist da los? BAMS! Okay. Ja, sie haben sie auf jeden Fall besiegt. Ich habe den mal der Peitsche so richtig dominiert, dass sie nicht mehr laufen konnten. Finde ich Knolle. Okay, gegen dreimal Schwert. Okay. Besser als gegen drei Bogenschützen. Und auf dieser Stage. Okay. Habe ich noch nie gespielt, zu dritt oder zu viert. So, komm. So, verpisst euch mal. Okay. Ich möchte den Lollipop haben. Bitte. Och, kein. So eine Scheiße. Ich wollte die Lollipop haben. okay scheiße mal jetzt würde ich mal gegenseitige fixer so komm her nein das war so knapp okay wir haben verloren aber kurz vorm ende also von daher nehme ich mir das jetzt nicht so übel liegt aber auch einfach nur daran dass der typ ja eine diesen lollipop da hatte und deswegen hat er auch so viel leben gab okay kommt so keiner kommt hierher da bist du nicht mal lieber ich glaube gar nichts mehr aber okay schön schön die bombe hat ihn ziemlich viel schaden gemacht dann würde ich dich jetzt mal komm her schön besiegt ok ich muss mich jetzt ziemlich viel konzentrieren deswegen rede ich auch kaum in dem part deswegen müsst ihr mich wirklich auch mal ein bisschen verzeihen weil so einfach ist das wirklich nicht und jetzt kommen wir gegen ddd 47 an treten da hatte ich ja noch nie probleme gut am anfang schon aber zurzeit irgendwie gar nicht mehr da hat's an anders bekommen damals bekommen d ums zu da ist da das dr 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 Okay. Okay. So. Da-da-da-da-da. Alter, das ist ja mies. Das ist mies, Freunde. Das ist mies gemacht. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So, verpisst euch. Oh, schöne Kirsche bekommen. So, verpisst euch mal. Tschüss. Tschüss. Gut. Da kommt jetzt the ddd, meine Freunde. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dabei. So. Komm, verpisst euch. Da-da-da-da-da-da. So, komm. So, er bekommt ziemlich viel Schaden. Er bekommt ziemlich viel Schaden ab. So. So, komm, verpiss dich, nein, 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 verpiss dich Nein, 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 nein Nicht so korrekt Okay, nein, komm her So, komm her Oh, oh, das war knapp So, ich krieg den Fall, ich krieg den fast down Komm schon, ich hab noch so viel Leben und der hat nicht mehr so viel Leben Okay, der hat nicht mehr so viel Leben, komm Schön So richtig ausgepeitscht, hier meine Freunde So, Peitsche hat gewonnen Moment, wir haben nur noch drei Fähigkeiten zu machen Das heißt, es gibt noch drei Parts ungefähr Wo wir hier noch kämpfen Und dann schauen wir uns mal den Rest hier mal an Ich bin mal gespannt, was erstmal passiert, wenn man alle Meisterausrüstungen hat Und dann gibt's noch ein extra Part, wo ich alle Meistersachen einfach mal zeige So ganz kurz durchspielen werde ich dann nicht Aber ich werde es euch einfach mal kurz zeigen, ein paar Sachen Aber das bringt uns, wenn wir sowieso schon die Meister haben davon Bringt uns ja nix Deswegen Okay, sehr schwierig, gibt's auch nicht den Den Käfer und so Okay Dann werden wir auf jeden Fall im nächsten Part mit dem Bogenschützen spielen Und dann übernächsten Part Kämpfer und übernächsten Part mit Ninja Haut rein